Jonas Kaufmann, ein Weltstar ganz privat. Ich lebe mit diesem Beruf und ich liebe diesen Beruf. Je früher das passiert, dass man dieses Aha-Erlebnis hat, diesen Effekt, dass einem plötzlich die Augen nass werden, weil man etwas hört und sieht, was man gar nicht fassen kann. Das möchte man immer, immer wieder erleben. Einer der besten Tenöre der Welt hautnah im Porträt. Die TV-Premiere, Ostersonntag um 22.10 Uhr, nur auf Romance TV.